Die Stute unter dem Sandel von Marek Deneckers Deutschland-Germany. Sorry, das ist Lorenzo Schiakka, Italien. Webster kommt dazu als Nummer uno und Kronen gemacht, so das Pedigree. Älterling. 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 Sollte wir wieder das italienische Nitschuren, die Führung zur Zeit 35,7 km. mit 6 Sekunden in Strafpunkt frei. Clear, wrong for Italy, 35.7, 6 seconds, this is a new time to beat. Jetzt aber, aus Deutschland, Marek Dienekas mit 17, Germany.